Musik Amtsübergabe bei den Schönsten. Die 22-jährige Angelika Teufel aus Eberhaus, die neue Missburgenland. Die Studentin aus dem Südburgenland konnte mit Abstand die neun anderen Finalistinnen mit ihrer Schönheit und Intelligenz übertrumpfen. Die Missburgenland 2016 hat mich schon mal kontaktiert und ich wollte einfach mal was Neues probieren. Warum nicht? Aufregung gab es bei der zweiten und drittplatzierten. Sie hatten exakt die gleiche Punkteanzahl. Doch die zweite zur Miss Austria-Wahl geschickt wird, mussten sie zu einem Stechen noch einmal vor die Jury treten. Der zweite und dritte Platz, das war halt dann wirklich eine ganz schwere Entscheidung und es ist wirklich nur um einen Punkt gegangen. Also ja, war spannend heute, ja. Schließlich ist die Schönheit nicht das einzige Kriterium bei der Missburgenlandwahl. Auch die inneren Werte der Mädchen sollen von der Jury berücksichtigt werden. Also im Prinzip ist es, glaube ich, eh schon ziemlich allgemein bekannt, dass wir bei den Misswahlen auf jeden Fall nicht die dünnste und die größte suchen, so wie andere Model-Wettbewerbe, sondern schon auch ein Teil Persönlichkeit, Ausstrahlung. Es muss einfach das Gesamtpaket stimmen. Es muss eine Frau sein, die auf die Bühne kommt, wo jeder sagt, wow. So wie die Gewinnerin des letzten Jahres, Margot Pölz, eine ausgebildete Agrarwissenschaftlerin, die auch in der Politik tätig ist. Margot hat auch sehr gut von ihrem Titel profitiert, hat das auch sehr gut umgesetzt alles, hat alle Termine angenommen und man merkt dann halt einfach, sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut, sie hat sich natürlich auch ein bisschen einen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Es war ein sehr turbulentes Jahr, ich hatte auch schon Stress, aber ich kann mich glücklich schätzen, dass mich meine Familie sehr unterstützt hat dabei und von dem her hat es für mich wirklich gepasst. Für die Mädchen, die sich auf dem Laufsteg in zwei Wertungsdurchgängen präsentierten, geht es also um viel mehr als nur die Schönste zu sein. Die Misswahl kann auch ein großer Schritt auf der Karriereleiter sein. Die Siegerin ist natürlich in erster Linie bei der Miss Austria Akademie dabei, die jetzt im Mai startet und dann vertritt sie das Bundesland Burgenland bei der Miss Austria Wahl im Herbst. Und da ist es natürlich spannend, ob wir als Bundesland Burgenland das erste Mal wieder den Titel nach Hause holen können. Im September wird sich Angelika Teufel dann mit den Schönsten der anderen Bundesländer messen. Für die künftige Miss Austria wird es ein richtig spannendes Jahr. Auf jeden Fall die internationale Wahl, da war ich in Las Vegas und es war eine Riesenshow und ich habe so viele neue Mädels von diversen Ländern kennengelernt. Selbst von Ländern, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Um dahin zu kommen, werden die Miss Burgenland und die Zweitplatzierte in ein Trainingscamp geschickt, wo sie fit gemacht werden für den internationalen Laufsteg.